Wie ist die aktuelle Lage auf den Märkten, wenn man ein Raspberry Pi 4 kaufen möchte und welche Alternativen gibt es eigentlich so ganz grundsätzlich? Darum soll es in diesem Video gehen und damit herzlich willkommen zu ULabs. Der Raspberry Pi, der ist nur schwer zu bekommen. Das dürfte für viele von euch wahrscheinlich nichts Neues sein. Wer diesen Kanal abonniert hat, der kennt bereits seit meinem letzten Beitrag von Ende 21 einige Wege, mit denen man trotzdem an ein Pi kommen kann. Im Wesentlichen hat sich an der Lage nicht viel verändert bzw. nicht viel verbessert, denn es gibt jetzt einige Shops, die liefern können, aber die Preise sind eher noch weiter gestiegen, als sie es damals schon waren. Ein Raspberry Pi 4 mit 2 GB Arbeitsspeicher, der kostet Mitte Oktober etwa satte 129 Euro und das ohne weiteres Zubehör. Für die 4 GB Variante, da werden mindestens 143 Euro fällig. Das ist absolut gesehen mehr als eine Verdopplung innerhalb weniger Monate. Neu ist der sogenannte Mega Club von Berrybase. Da müsst ihr auch, wenn ihr schon ein Konto bei Berrybase habt, euch getrennt für, ich sag mal, bewerben und die müssen euch dann freischalten. Das soll verhindern, dass da jemand mehrere Konten macht, um eben die Beschränkungen zu umgehen. Denn obwohl Berrybase das auf maximal ein Artikel oft limitiert pro Konto, dass ihr eben nicht mehrere bestellen könnt, sind die trotzdem immer relativ schnell ausverkauft gewesen. In dem Club sind die Preise noch vergleichsweise vernünftig und einige Zeit lang waren dort auch Pies lieferbar, aber mittlerweile ist er auch großteils ausverkauft und es dauert Wochen, bis neuer Nachschub ankommt. Das ist wahrscheinlich im Moment eine der günstigsten Varianten, die es gibt, aber hier braucht ihr eben viel Geduld. Es liegt daher nahe nach, Alternativen zum Pi zu schauen. Dafür solltet ihr euch zunächst ein paar Gedanken darüber machen, was ihr denn mit dem Pi alles umsetzen möchtet, denn der Grund, warum der so erfolgreich geworden ist, der liegt ja darin, dass er sehr flexibel einsetzbar ist. Man kann eine Leuchtdiode relativ einfach blinken lassen, komplexere Geräte wie zum Beispiel Sensoren anschließen. Man kann über einen Bildschirm dort auch arbeiten mit grafischer Oberfläche, aber genauso gut ist er als kleiner Miniserver ziemlich beliebt. Zuerst die Ansteuerung von verschiedenen Elektronikgeräten, wo man dann eben die GPO-Pins entsprechend für benötigt. Zweitens als Mini-Desktop-Computer zum Surfen, zum Arbeiten, wo man nicht viel Leistung benötigt und zuletzt als Server, wo eben Applikationen bereitgestellt werden sollen. Falls ihr eben die GPO-Pins benötigt, da gibt es verschiedene Alternativen, von denen einige sogar den gleichen 40-Pin-Header besitzen, den auch der Pi hat. Manche übernehmen sogar die Abmessungen, sodass ihr nicht nur vorhandene Geräte wie zum Beispiel Sensoren dort ebenfalls anschließen könnt, sondern sogar anderes Zubehör wie zum Beispiel Gehäuse, die ja auf die Maße vom Pi zugeschnitten sind, weiterverwenden könnt. Ein paar der bekannteren Beispiele dafür wären der Banana Pi, das Asus Sinkerboard, der Odroid N2 oder auch das Libre Computerboard. Doch die Idee, die hatten manch andere auch schon und von diesen Lieferschwierigkeiten ist teilweise eben auch die Konkurrenz betroffen. Deswegen sind einige Alternativen mittlerweile zumindest teurer geworden oder aber sogar glänzlich ausverkauft. Teil sind die Hardware-technisch zudem schlechter ausgestattet wie der Raspberry Pi 4 selbst. Außerdem solltet ihr auch ein Auge auf die Softwareunterstützung werfen, denn die ist nicht überall so gut wie beim Pi und auch die Communities sind meistens kleiner. Gerade bei AM ist das wichtig, denn hier sind ja die Images recht spezifisch auf das Gerät mit Treiber und allem zugeschnitten. Ihr könnt somit nicht jedes x-beliebige AM-Image auf jedem AM-Gerät auch nutzen, so wie man das von der x86-Welt her kennt. Bei der Nutzung als Desktop und Server braucht ihr GPU Opens im Regelfall gar nicht. Einzige Ausnahme, ihr möchtet bestimmte Geräte ständig ansteuern können oder ihr habt zum Beispiel Sensoren, von denen die Daten regelmäßig abgefragt und in eine Datenbank geschrieben werden sollen. Ist das nicht der Fall, dann habt ihr auf dem x86-Markt eine viel größere Auswahl, sowie den Vorteil, dass das Angebot an Software hier größer ist als für AM. Außerdem besitzen viele mehr Leistung als der vergleichsweise schwache Prozessor von Raspberry Pi. Da habe ich ja auch schon Beiträge zugemacht, wo ich das in der Desktop-Nutzung ausprobiert habe und es war so, naja, könnt ihr ja gerne oben noch ausführlich nachschauen. Viele Mini-PCs können zum Beispiel erweitert werden, wie etwa der Lenovo Tine, den ich auch schon getestet habe, sodass ihr zum Beispiel Arbeitsspeicher aufrüsten könnt, wenn der zur Neige geht, auch das ist mit dem Pi leider nicht möglich, da der verlötet ist. Wer Geld sparen möchte oder muss, der kann auch einen Blick auf den Gebrauchtmarkt werfen, denn im Gegensatz zum Pi gibt es dort einen relativ großen Markt von privaten und gewerblichen Verkäufern, vor allem letztere gibt es ja beim Pi so gut wie gar nicht, das heißt ihr habt auch die Möglichkeit, hier generalüberholte Geräte von einem Händler zu kaufen mit entsprechend Gewährleistung. Je nach verfügbaren Platz und geplanter Nutzung muss es für die Desktop-Verwendung aber vielleicht auch gar kein Mini-PC sein, sondern vielleicht ist ja auch ein Laptop eine gute Wahl oder gar ein vollwertiger Computer, wenn man den Platz dafür hat. Gerade Computer, also die Tower-Computer, die verbrauchen zwar tendenziell mehr Strom, doch das kommt auf eure Nutzung drauf an, wenn das Gerät zum Beispiel nur gelegentlich genutzt wird für ein, zwei Stunden, dann fällt das gar nicht so stark ins Gewicht. Als Server sind die Mini-PCs auch interessant, vor allem weil sie eben wenig Strom benötigen, das ist hier natürlich als Server nochmal wesentlich wichtiger, schließlich läuft so ein Gerät wahrscheinlich 24-7 oder eben wesentlich mehr als ein Desktop-Computer. Beim Tiny zum Beispiel könnt ihr neben einer SSD auch noch eine 2,5-Zoll-Festplatte verbauen und habt damit zumindest einen gewissen Speicherplatz, wenn ihr etwa dort ein File-Server, eine Cloud oder was anderes betreiben möchtet, wo man größere Datenmengen hat und daher eine Festplatte einsetzen möchte. Mit dem 2,5-Zoll-Format seid ihr aber in der maximalen Größe beschränkt, außerdem lässt sich keine Ausfallsicherheit per RAID herstellen, weil man nur eine Platte verbauen kann. Die einzige Möglichkeit, das zu umgehen wäre, dass man den Speicher mit externen USB-Festplatten erweitert. Wem das nicht reicht, weil man zum Beispiel ein RAID zur Ausfallsicherheit bereitstellen möchte, der kann statt fertiger Hardware sich auch ein ITX-Gehäuse kaufen und selbst bestücken. Es gibt verschiedene Gehäusegrößen und teilweise haben die auch mehrere Einschübe für die großen 3,5-Zoll-Festplatten, wo ihr große Mengen an Speicher relativ günstig bekommt. Man kann hier statt eines ATX-Netzteils ein Steckernetzteil verbauen, das hat eine geringere Leistung und ist dadurch auch sparsamer, aber ihr seid eben noch flexibler wie mit einem Mini-PC, fast schon voll flexibel wie bei einem Tower-Computer, denn es gibt ja auch Boards, wo der Prozessor nicht aufgelötet ist, das heißt, ihr könnt am Schluss alles austauschen, wenn das irgendwann mal zu leistungsschwach oder zu klein werden sollte. Sozusagen ein Mittelweg zwischen den großen Tower-Computern und den Mini-PCs. Was von diesen Varianten nun am meisten Sinn macht, das hängt stark davon ab, was konkret eure Vorstellungen und Anforderungen sind. Ich hoffe, die Übersicht war für euch hilfreich, ihr könnt gerne zu uns auf ULabs ins Forum mal vorbeischauen und uns dort eure Meinung posten. Auf ULabs werden zukünftig noch weitere Tests von verschiedenen Alternativen zum Raspberry Pi erscheinen. Vor allem die x86-Ecke, die bietet hier gerade einige Vorteile, allen voran natürlich der Preis und die Verfügbarkeit. Und damit verabschiede ich mich, tschüss, bis zum nächsten Mal.